ganz herzlich willkommen zu einem neuen risiko trade up ja wie ihr hier seht haben wir hier zehn ja eigentlich elf weil das ist die wo ich noch spielen 10 statrix k20 bloodsport in factory new hat einiges gekostet und was wir daraus bekommen können wäre natürlich die m4a1s mecha industries wo wir einiges an gewinn machen würden oder wir bekommen die glock 18 wortel wortel wasteland rebel ja und das wäre natürlich hat minus aber wenn wir die m4a industries bekommen würden das war natürlich der absolute hammer also wir packen keine keinen anderen skin rein wir packen nur die hier rein nur die scar 20 platz sport so was wollen wir haben wir möchten natürlich die m4 haben mecha industries mecha industries so was das der gamer wieder weiß wo das dann hin muss ja zeigen wir das dem mal so seid ihr bereit ich eigentlich nicht ich eigentlich überhaupt nicht hier m4 mecha industries ok 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 5 6 7 8 9 und die 10 und und es wird ihr könnto auf pod bis es ist b es es so es aber